Hallihau und herzlich willkommen zu einer Runde PvP und mal wieder eine Silberpumpe Gott sei Dank denn die letzten Silberpumpe die waren jetzt ziemlich erfolgreich für mich was heißt die letzten die letzte obwohl die andere hatte ich ja auch gewonnen die ich gespielt habe also ich habe gute Aussichten mal mit dem X dabei ich zeige es da kein nix da da kein nix da und ja ach war food normales food vollen normales food ich hätte da gar nichts mehr drauf naja auch vollen ja fehlen da noch ein paar Leute kann nicht bleiben tja in 40 Sekunden geht's los wir haben hier einen Jäger wir haben hier einen Schurken und noch einen Paladin 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 Schamanen Page und noch einen auf dann so erstmal die Norue hinterher das eingenommen wird ja das fand ich halt leider so schlug ist weg ich habe mich gerade gewundert warum ich den nicht anklicken kann da war er ja schon tot warum haben die alle schon so viel nein ich glaube das verlieren wir kann doch nicht wahr sein die letzten beiden wurden so schön und jetzt die verlieren hätte ich mal gestern wieder weiter gespielt die sind doch viel weniger 10, 10 und 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 wir haben ein paar punkte gekriegt oh wir haben seinen geholt wir haben seinen geholt oh das wird übel vielleicht auch den gehen krass 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 ah konnte mir schon denken dann viel zu viel na ja so ist Einmal verlierst du und einmal gegen die anderen. Ach Mensch, ich muss doch gerade heilen. Da war ich zu langsam. Viel zu langsam war ich da. So. Auf ein neues. Jetzt hauen wir die aber aus dem Leben. Oder die uns. Hauptsatellen musste auch liegen. Giovanni go! Das ist ein Schell und jetzt verpackt. Wieso? So tot sein. Tot? Ich hab ihn nicht gekriegt. So, Mist. Das ist ein Schmuck. Ach je. Das sieht immer richtig bescheiden aus. Die Ali ist für eine Lohre nach der anderen. Beim nächsten Lohre noch verloren. Ja, dann. Dann wird wieder so ein trauriger Tag heute. Mensch, traurig. Ganz ganz traurig. Ich glaube, ich lege da ins Bett und schlafe. Ja. Ich hab ihn nicht voll versiebt. Ja, egal. Ich hab ihn nicht voll versiebt. Weil ich nicht zu können. Ich kann ihn nicht voll versiebt. Ach je. Und dann geht die Dome durch. Oh, die mit seinen drei schon. Auch dem einen eingeladen. Lol. schnell noch die eine einnehmen, probieren es einzunehmen, schauen wie viele da sind ja dann, danke fürs Zuschauen, leider hat es zwar nicht so geklappt, ich war auf dem letzten Platz, ach das kann doch nicht wahr sein 9, der war noch 10, na das ist der, deswegen haben wir verlobten, der war nur 9, aber ich war auf dem letzten Platz, man bin nicht schlecht na gut, ok, herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß, und bye bye